Zur Ruhe zu kommen. Sitz aufrecht auf einen Stuhl oder ein Küsschen. Deine Hände kannst du ineinander auf eine Schoße legen oder mit der Handfläche nach oben auf deine Oberschenkel. Schliess jetzt deine Augen und gib dir einen Moment Zeit, um anzukommen. Atme durch die Nase ein und aus. Fühle deinen Körper. Fühle die Luft auf der Haut. Was nimmst du für Geräusche wahr? Bis ganz im Jetzt. Gut. Dann atme durch die Nase ein. Fülle deinen Bauch und deine Lunge. Halt den Atem für ca. 2 Sekunden an. Öffne dann dein Mund und lasse die Luft mit dem Laut wieder aus dem Tier rausströmen. Also. Einatme durch die Nase. Luft kurz anhalten. Und loslassen. Mach für dich ein paar Mal die Atemtechnik und lasse beim Ausatmen immer mehr los. Stell dir vor, wie du immer tiefer sinkst wie ein Stein, den man in den See rührt. hier ist zweit. Und loslassen. Das war's für heute. Das Gefühl des Loslassen ist etwa so, wie wenn du auf ein Prüfungsergebnis wartest oder sonst eine gewisse Anspannung in dir hast und eine Nachricht erwartest und dann ist alles gut. Die Prüfung ist verstanden, die Nachricht ist positiv und du kannst es für einen Moment ausatmen. Du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Visualisier dir, dass du beim Einatmen alle negative und blockierende Energie im Körper einstimmst. Und dann beim Ausatmen mit dem Haaaaaaah alles rausholen. Stell dir vor, wie du dich reinigenst von allem Stress, Ärger und allem Schweren, sodass du dich nach jedem Ausatmen leichter fühlst. Du kannst dir auch vorstellen, dass du deinen Körper beim Einatmen mit hellem, strahlendem Licht füllst. Und beim Ausatmen alles Dunkel und Schwarze von dir durchgegeben. Entspann dich. Entspann dich. Entspann dich. Entspann dich bei jedem Ausatmen von oben bis unten durch die ganze Körper durch. Entspann dich bei jedem Ausatmen von oben bis unten durch die ganze Körper durch. Entspann dich bei jedem Ausatmen von oben bis unten durch die ganze Körper durch. Entspann dich bei jedem Ausatmen von oben bis unten durch die ganze Körper durch. Entspann dich bei jedem Ausatmen von oben bis unten durch. Entspann dich bei jedem Ausatmen von oben bis unten durch die ganze Körper durch. Entspann dich bei jedem Ausatmen von oben aus. Gut. Komm jetzt wieder zurück zum normalen Atmen, durch die Nase ein und aus. Dein Atem ist bis in den Bauch runtergeführt, er ist ruhig, tief und gleichmässig. Nimm die Ruhe wahr, die jetzt eingekehrt ist. Form deinen Mund zu einem leichten Lächeln und spüre, wie das Gefühl von Freude und Gelassenheit sich in deinem Wesen zeigt. Fühl die Lebendigkeit von deinem Körper, fühl das Leben in dir. Du bist gross, du bist stark und voller Mut für alles, was jetzt kommt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020